Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal wieder eine kleine Runde in Fortnite und let's go. Hm? Du? Jaja, ich bin eh besser als du. Auf jeden Fall muss man jetzt die Länder... Sprachen lernen, Bubble. Ja, die besten Länder, genau. Diese Städte, die man dann noch nicht sieht, die muss man halt freischalten. Da kann man ja auch Klopfkleiden übrigens. Ja, schön, da können wir jetzt nicht abbauen. Dann kommen wir da jetzt hoch. Ach, so. Das Ecken will ich den Trick geben, da rein, dann wieder da hoch. Aber den müssen wir erstmal rausfinden. Oder ich gehe doch nicht. So. Gehen wir einfach mal zum nächsten. Ne Arme. Puh. Alles klar, da wäre mir meine runtergefallen. So, perfekt. Puh. Das funktioniert noch besser, ja. Kann man wenigstens flüssiges Bild. Oh, wir müssen uns beeilen. Man kann auf jeden Fall schwimmen. Wir könnten das vielleicht noch schaffen. Was halt auch richtig unpraktisch ist, dass wir auch noch entgegengesetztes Wasserstrom schwimmen. Ey Leute, wir könnten das noch schaffen. Yo, als ob wir das jetzt noch geschafft haben. Das Problem ist halt, wir brauchen was, was uns heilt. Wir haben sowas von Glück. Oh ja. Weil wir noch nicht vor. Bis zum nächsten Mal. Yo, nice I don't know Bis zum nächsten Mal. Nehmen wir es safe. Als ob wir den jetzt einfach bekommen haben. Wir machen das jetzt noch mal. Wir machen jetzt noch ein Spiel. Ey Leute, ich bin so gespannt, wie dieser Gleiter halt voraussieht. Wir landen mal da. Komm, da waren wir noch nicht. Und es leckt schon wieder. Alter, das ist einfach so richtig geil. Okay. Okay. Perfect. Wir dürfen jetzt nicht schon wieder wegen der Zone schon fast verrecken, Alter. So wie beim letzten Mal. Ich seh da schon den nächsten Rennen. Leute, wir sind gleich überfordert. Ha. Wieder wegen Zonenschaden. Sollte es auch anders sein. Fuck. 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 Fuck! auf jeden Fall seht ihr hier nochmal das was wir heute noch also das hier habe ich glaube ich jetzt auch neu bekommen aber das habe ich schon mal vorbekommen ist egal auf jeden Fall haben wir ja jetzt diesen neuen schönen Kleider hier richtig geil auf jeden Fall weil wir gewonnen hatten wenn euch das Video gefallen hat dann lasst alle mal einen Like da vergesst nicht zu abonnieren die Glocke zu aktivieren das hätte keinen weiteren Stream beziehungsweise ja Stream am besten noch äh ne das nächste Video und den nächsten Stream nicht verpasst und ja dann hätte ich gesagt haut rein Ciao euer ActionWolf Outro 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 Outro